1,2, Test, Test. Hallo, hallo, Schafinski. Ich bin kurz vor dem Aufnehmen vom Kinderchor 1. Und die Spritzkante, die hat sogar Gletscher drin und dann ist da noch eine Bratwurst. Und wir sind also vollkommen bereit, um jetzt den Kinderchor aufnehmen. Wir machen auch noch ein Lied für euch, für die, die nicht im Kinderchor sind. Aber das kommt erst morgen raus. Ihr wisst dann schon warum. Also bis morgen. Tschüss. Ciao. Also nein, den Kinderchor bis heute. Die anderen bis morgen. Ciao.